Willkommen zurück bei Final Fantasy VII. Und jetzt? Au, au, ey! Kommt schön weiter! Ich zähl auf dich. Ich leg los! Zack! Zack! Ja! Oh, scheiße. Aua. Ich glaube, das ist egal, ob wir jetzt hier hochklettern oder die Treppe. Aber hier ist, glaube ich, sicherer wegen den... ...wegen den Joten da. Das muss, das muss! Das war's! Das sollte reichen. Und tschüss! Das war's! Alter, mein Gott, ey! Los! Na ja! Nimm das! Das sollte reichen. Oh, warte mal! Ich hab... ...stehen! Nicht zu stillen. Ah, das kann ich nur beim Menschen machen. Oh, dann müssen wir das noch mal ein paar Mal machen. Oh, das bringt er mich her. Rino, halt die Klappe! Das ist mir egal, ob dir langweilig ist. Versteckst du dich vor mir? Nichts überstürzen. Überlass das mir! Zack! Ha! Hau! Na? Ne Lücke! So. Das sollte reichen. Hier! Runter! Aua, 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 aua! Hier! Toll! Äh, Eis! Eis, 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 Baby! Ja, cool. Er ist so weit weg. Aha! Einmal auf Hochdruck, bitte! Aha! Sofort! Okay. Äh, einmal Gegenstände. Wir haben ein paar, also kann ich die auch benutzen. Äh, Rino lässt da ein bisschen Zeit. Entdeckt! Vorwärts! Auf in den Kasten! Komm ruhig! Es geht los! Da! Ja! Ja! Mal auf Hochdruck! Das sitzt! Da! Da! Zack! Ich zähl auf dich! Einmal Folger und ran an den Spätschern! Danke, wir haben nämlich keine Zeit für euch. Oh, Scheiße. Dann muss er mal rüber. Platz da! Uns hält niemand auf! Ich komm da nicht ran! Warte, ist das wie eine komische Kacke. Zu nachlässig. Zack! Na? Also ich kann... Ach, hier kann ich nicht hoch. War hier nicht weg? Ja. Okay. Ach, dann doch, Porno. Seh dich! Also schön für dich! Okay, da ist jetzt Rappel. Ach, leck mich doch nicht. Komm. Okay, ich hätte da eh nicht lang gehen können. Okay, gut zu wissen. Das sieht. Das sieht... Das ist nicht mein allerneuestes Meisterwerk. Umwärten. Nichts? Dir stutz ich schon noch die verdammten Flügel. Muss ich jetzt nur auffassen, dass sie sich nicht selber an die Flügel stutzt. Das lass ich nicht zu! Gleich siehst du Sterne! Volle Konzentration! Ja! Na gut. Tja, genug jetzt! Alter, hier geht man auf den Sack. Was? Hallihallo, Hallöche! Zieht euch! Was ist? Sie haben die oberste Etage unter Kontrolle. Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Roger. Den Rest überlasse ich euch. Genauso! Hochspanner! Äh, Folge. Oh, äh, dabei war das. Jetzt wird's heiß! Bis hier und nicht weiter. Hm, was? Los! Bleib doch mal stehen, du scheiß Luftsoldat! Stimmt! Genauso! Schluss mit lustig! Keine Kommung! Das ist los! Geht doch. Ähm, wir brauchen einmal... Da haben wir uns gleich nicht hinsetzen können. Zumindest glaube ich nicht, dass man sich gleich hinsetzen kann. Vorwärts! In den Kampf! Das war's! Komm schon! Der Fall ist geschwächtlich! Auch das noch! Nein, noch so ein scheiß Luftviech, äh. Aufschlag! Brenne! Übernimm du! Überlass das mir! Wunderdön! Und! Ha! Ja! Zack! Runter! Ja! Ja! Alter, du gehst mir ja voll aus dem Sack! Verbrennen! Nachschlag! Ha! Jetzt nachsetzen! Und... Alter! Ist das euer Ernst? Ich hoffe einfach mal, dass wir uns nach... ...dick heilen können. Um... ...und dann... Ja! Oh! Jesse! Ich hoffe, sie hat überlebt auch. Jetzt mach doch nicht dein Gesicht. Ich verbringe meine letzten Minuten also mit dir. Naja, könnte schlimmer sein. Du darfst nicht aufgeben! Lass gut sein. Ich hab mit meinem Sprengsatz so viele Unschuldige getötet. Das nennt man Karma. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur! Hey! Weißt du, Claude? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Ne Jessie Spezial? Ich hoffe, dass alle drei überleben. Sagt euch nachher meine Vermutung, wer überlebt und wer nicht. Ich hoffe, dass sie sich beobachtet. Jessie! Tifa! 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 Wir verstehen nicht, dass… Also, sie… Ich hab… Ich glaube, sie wird Zeit unter den Trümmern begraben. und weg ist unten weiß ich nicht also weiß ich schon aber ich verrate es nicht und wix ich weiß nicht aber einfach nur aber um richtig ist oder ob er einfach wenig sind ja auch ich werde euch zeigen wo der hammer hängt tiefer sei vorsichtig die kreifen von oben hast gut durchgehalten was glaubst du spielt schließlich die hauptrolle hier aber auch uns da braucht eine pause seid ihr bereit ja es soll zeit für eine revanche blut dass die überhaupt kein schlechtes gewissen haben nichts persönliches alter ja ängste hey du keine bewegung ihr habt euch wirklich mit den falschen angelegt das sage ich euch auf der regierung akzeptiert warte auf aktivierungsbefehl autorisierung akzeptiert warte auf aktivierungsbefehl so gut wie erledigt der menschlich gefälligst nicht ein autorisierungskurs akzeptiert warte auf aktivierungsbefehl versuch's uns törks hält man nicht zum nahen Vorsicht er ist schreckt das erledigen wir im hand und wehen und du hast also auch rot besiegt ja hier kann man was nur ab das zahle ich dir doppelt das tut mir hab was für dich meine frische es geht los dein einsatz ich bin bereit das wird wehtun ja ja und tschüss ich hab tiefer gar kein auto wiedergegeben ich hab tiefer gar kein auto wiedergegeben das tut mich auf onkel barrett ist fein glückstrepper das sollte reichen glitzschlag du bist am zug ich leg los ja hier hoppla ihr seid wirklich verdammt hartnäckige nervensägen bombenabwurf einleiten was verdammt hier macht wohl jeder vollidiot einfach was er will ich schließe euch auf der rubschrauber jetzt kann ich ihr das sagen auf die zwölf da geht noch was das tut weh was soll der scheiß abwurf durchgeführt nachladen eingeleitet dann mal los blitzschlag übernimm mal überlass das mir das alter zieh dich zurück das war's nicht ablenken dann los genug es wird heisst das reno sie dich zurück und schreit Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich hab dich. Oh, Barad. Verdammt! Ich war sie alle platzten. Rückzug! Kann ich schaffen. Für dich! Da geht's! Ich leg los! Ich darf hier nicht! Komm schon her! Ich mach das! Mein Einsatz! Scheiße! Verschwinde! Tschüss! Neuer Versuch! Und weiter geht's! Auf die Pist für Verlierer! Ja! 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 Komm runter, Ruth! Verzieh dich! Komm runter da! Ja! 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 Das... Ja! Na...? Ja! Ja! Was soll der Scheiß? Lass mal hier die Landfalte wegmachen. Sch! Was? Nicht ablenken! Bleib hier! Nicht ablenken! Und Schiss! Komm mal los! Mist! Es geht weiter! Hör dich! Wie schmeckt dir das? Nimm das! Zack! Schmeiß besser! Lass es! Schau runter! Viva, komm Ränder! Na da bin ich mal gespannt! Was? Ich sehe dich! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Es ist noch ein Klacks! Ared, einmal bitte tiefer retten! Rhyno! 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 Äh, stehlen, Anna, äh, stehlen. Also ich kann bei ihm auch stehen, so wie das aussieht. Äh, Barret, mega Trunk, tiefer, Trunk. Nochmal, ich will noch was stehlen. Fertigkeit, stehlen. Erfolg, Plattenschutzreif, jau! Ja gut, das war's für dich. Und tschüss. Reno hätte ich noch bestellen können. Warte auf Aktivierungsbefehl. Wie lässt es sich stoppen? Keine Ahnung. Kannst du knicken? Es muss halt passieren. Das ist das Problem. Verschwindet! Das muss halt passieren. Komm wieder dieser Gruselfächer! Tiefer! Was zum... Verankerungen werden gelöst. Verankerungen werden gelöst. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Abschnitt 1 wird abgelöst. Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. Das ist so schlimm. Und spätestens jetzt... In DLC kommt Yuffie oben rausgelaufen. Ah! Claude! Tiefer! Nach fünf Minuten. Also, sagen wir so, im DLC, wenn Yuffie das sieht, wie die Platte runterfällt, ist tausendmal schlimmer. Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgedöst. Stasi, bitte! Yuffa! Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Klaus, ich bin... Hier, komm! Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür habt ihr aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch hart, neid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Wir müssen von hier verschwinden, sonst sind wir im Endeffekt wie der Vriesbake. Ja! Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Wells Campbell! Ja! Halt los! Das ist so schlimm, ohne Witz. Guckt euch das Ende vom DLC an, ohne Witz. Da sitzt übrigens Yuffie, das ist Yuffie, die das gerade gesehen hat. Das war so schlimm, ohne Witz. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, ich habe, glaube ich, bei der Aufnahme sogar ein bisschen geschrien. Das ist so schlimm, ohne Witz. Ich habe wieder 13, ich werde ihn trümmern. Das ist so schlimm. Erleichterung für euch, Reg und Reg überlebt und Bix auch. Ich weiß aber nicht, ob wir Jesse im zweiten Teil sehen. Hey, wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme! Sozzam. Das ist so schlimm. Lentjen! 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 Bix! Wedge! Jesse! Scheisse! Scheisse! Verdammt, Berlin. Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Ja. Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Hörst du nicht, Tifa? Hörst du nicht, Tifa? Hörst du nicht, Tifa? Das Mädchen, das sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher war sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey, wo willst du hin? Also das war eine der schlimmsten Folgen für mich im ganz Final Fantasy. Das ist so schrecklich. Aber ich habe jetzt erst kapiert, wer die Katze oben ist, die so siehst, die da angelaufen kommt. Das ist Yuffie im DLC. Guckt euch, ohne Witz, guckt euch das Ende, guckt euch das DLC an. Und das Ende. Und es ist einfach schrecklich. Also. Katastrophe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.